Mein Name ist John Blaise, ich bin der Inhaber von Café Le Belfort in Berlin. Ich habe ein Konzept mit Backerei, Bistro, Kaffee, Feinkostleidung, aber alles ist Französisch. Ich habe mich umgeguckt und ich habe gemerkt, dass viele in der Gastronomie in Berlin Oderberg nutzen. Ich arbeite mit Oderberg seit fünf Jahren und ich bin total zufrieden. Ich schätze besonders diese Einfachanhabung. Es ist sehr einfach zu nutzen, mit neuen Kollegen zu arbeiten mit Oderberg. Es ist sehr einfach, weil die Interface ist super intuitiv und ich denke, sie können direkt arbeiten. Die Vorteile für mich sind Schnellbestellung aufnehmen und Schnellwertanzahlung. Das Kassensystem erlaubt mir Organisation der Arbeit und Zeitersparnis, viel Zeit. Und es hilft mir in der Umsatzentwicklung. Die Vorteile mit Funktionieren sind leichter Tag, mehr Bestellung und effizienteres Arbeiten. Kärtenzahlung ist sehr wichtig für mich, weil die Leute jetzt gerne mit Apple Watch oder mit Handy zu bezahlen. Und ohne Kärtenzahlung, ich denke, wir verloren Geld am Ende. Mein Oderberg hilft mir viel, zu folgen meinem Umsatz, wie die Entwicklung ist und die Produkte, was läuft oder nicht, was ich behalte oder nicht. Und das ist auch wichtig zu planen, sogar meinen Dienstplan mit dem Umsatz pro Tag, was wir machen während der Woche und so weiter. Das ist echt wichtig. Mein Oderberg ist wirklich eine gute Hilfe für mich. Mein Steuerbüro ist etwas altmodisch, aber sie nutzen gerne diese Z-Bund am Ende des Tages und das ist sehr praktisch. Oderberg in drei Worten. Efficient, intuitiv und praktisch.